Woche 5, 34, Masterkommander am Start, mache ich mir heute so den Gruß. Ich bin definitiv nicht der Kado-Typ, deswegen habe ich mir heute mal eine Variante ausgesucht, einfach mal ein bisschen zu rudern. Wichtig dabei ist natürlich den Rücken, möglichst gerade. Ich kann das Ganze HIIT machen, indem ich relativ mit Intervallspitzen arbeite. Je länger ich den Körpern dementsprechend kardomäßig strapaziere, desto mehr Kalorien kann ich verbrennen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei eurer Fettreduktion. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir hören uns.